Hallo Kornfreude, ein neues Video und zwar geht es heute um die Tomate. Vorstellung meiner Tomatensamen und ein Gewinnspiel. Challenge. Ich mache auch mal eine Challenge. Und auch zu mir, auskommt mal die Meise, wie immer. So, Freunde und Gruß hier. Meine Tomatensamen, die ich gekauft habe, einmal diese Sorte, wird, nicht sehr schwer, 40 Gramm, so hoch ein Gramm. Dann haben wir kleine Sorte, geeignet für Balkon. Karochi Balkon. Klein wird schwer bis 30 bis 40 Gramm. Drehzeit 40 Gramm. Ideal für Balkon und Kübel. Rot. Sorte? Weiß ich nicht. Russisch. Das gleiche, haben wir noch mal, auch für Balkon, in Gelb. Dose Balkon oder Kübel. Wird. Ah, die ist klein. 15 bis 20 Gramm. Mal in Kiesort. Kleine Sorte. Drei. Ui. Wir haben diese Sorte gekauft. Wird. Ah, hier steht es. Moment. Schlafen. 50. 50 bis 70 Gramm. 70 Gramm. 18 bis 20 Gramm. 15. Ihre Sorte. Ende. Diese Sorte wird. Steht nicht drauf, ah ja, 120 Gramm, ist dort Wahrzeitschgang. Diese Sorte, wie gesagt, Name weiß ich nicht, weiß ich, dann diese Sorte wird, 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 400 Gramm, die erste Gramm, diese Sorte, dann haben wir, das weiß ich, Gigant, Sort Gigant, wird, gelb, wird, 500, 500 Gramm, Größe bis, 1,50 Meter, Berzt der Gramm, Sorte Gigant, jetzt habe ich hier, was Neues gefunden, geht noch weiter, Diese Sorte, das ist, wird, ah ja, oben steht es drauf, bis 800 Gramm. Diese Sorte, 800 Gramm, Neuprodukt, diese Sorte, 1 Kilogramm. Diese Sorte, auch 1 Kilogramm. Diese Sorte, 700 Gramm, das weiß ich, die Sorte, hat mir Nadja gesagt. Mongolische Mütze, mongolische Mütze, mongolische Schapka, 700 Gramm. Das waren die Sorte, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Habe ich hier, von diesen neuen Sorten, 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Pakete, dann nehmen wir eins weg, ich weiß gar nicht, welches, das kleinste, und meine rote weg. Oder, oder, ich nehme mal die Fünf. So. Tomaten-Challenge. Budarak. Und zwar, der erste Preis, 3 Paketik, 3 Pakete. 3 Paketik, Platz 1. Platz 2. 2 Pakete. Und Platz 3. 1 Paket. Platz 3. 1 Paketik. 1 Paketik, Platz 3. 1K Nr. 2 Paketik. 2 Paketik. 1 Paketik. Und 1ri醒 cannon-Clear-S Holiday Congressman. 1 Paketik. 2 Paketikflö payoff. 4 Paketikflöcker. 1 Paketikflöcker. 1 Paketikflörend Mariah letztengener-Ex Frozen你想, 1 Paketikflöck、、 und nicht ins video nehmen wer nicht gefällt wird einfach nicht erwähnt will ich jetzt nicht irgendjemand kritisieren aber die möglichkeit besteht darum habe ich mir etwas anderes überlegt und zwar Foto machen und schicken per E-Mail Adresse zu mir oder ein kleines video mit gewichtsangaben 1 zenten schluss ist der 31 zenten des weiteren muss wer mitmachen will ein Abonnent sein ein Kommentar schreiben wer mitmachen möchte sonst noch was eine Instruktion im Video und wer mitmachen möchte muss noch schreiben in den Kommentar Hashtag Tomate damit ich weiß wer mitmachen möchte verschicken werde ich europaweit nicht wie manche großen YouTuber nur Deutschland Österreich und Schweiz ich schicke europaweit und in die Ukraine und nach Russland so 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 Platz 2 Platz 2 2 3 Platz 3 2 Also dann Gartenfreunde viel Erfolg wer die größte Tomate hat die schwerste Tomate nicht die größte sondern die schwerste Tomate bekommt 3 Baguette so so das war es eigentlich wie immer über eine Daumen nach oben würde ich mich freuen abonnieren kommentieren kommentieren ist wichtig sonst gibt es nichts so so das war es bis zum nächsten Mal baka 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 auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020